Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Lost in Random. Und ihr erinnert euch, beim letzten Mal sollten wir ja nachfragen, was es mit dem Krieg auf sich hat. Und ja, das werden wir jetzt in Angriff nehmen und mal schauen, ob wir hier ein paar Informationen bekommen, um weiter zu kommen. Und da kämen wir einfach mal ein paar Personen. So, gehen wir einfach mal hier weiter. Ah, ihr scheint sich was getan zu haben, oder? Das ist alles, was ich brauche. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn ich sie wieder sehen kann, würde ich sagen, dass ich sie vermisse. Das ist alles. Es ist lustig, aber du denkst nicht von den Menschen, die du interessierst, wenn sie nicht mehr in dein Leben sind. Nehmen wir mal das. Was? Ah, okay. Scheint sich nicht viel zu tun. Gehen wir mal hier rum. 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 Hagen wir mal hier. Tja, was nehmen wir da jetzt? Nehmen wir ein paar mal alles. Trifft die Baroness, dreifacher Zirkus. Na dann werden wir da mal hingehen. Trifft den Herzog. Wer ist das? Wir bleiben erstmal hier. Aber hier scheint es nicht allzu weit zu gehen. Gebiet des Herzogs, Gebiet der Baroness, Gebiet des Grafen. Ne, wir sollen ja den Grafen treffen, dann gehen wir erstmal zum Grafen. Eie, was ist denn hier los? So einfach geht's. Da scheint sich was zu tun. Wunderbar. Überspringen wir das mal. Ach, die haben wir alle. Nein, so noch. Das war's. Ah, nevermind. Trade it in for a new one with me. Oh, many dicks. The Count? I love that guy. Das ist das. Ah ja, für ihn zu sterben ist ganz normal. Na dann. Ah ja, für ihn zu sterben ist ganz normal. Na dann. Endstation zu sein. So, dann schauen wir mal wo es hier hingeht. Da ist Zug. Da geht's noch weiter. Ehen wir erstmal geradeaus. Ich denke mal da sitzt der Graf. Ah, ich glaube wir müssen kämpfen. Was muss ich denn jetzt tun? Was muss ich denn jetzt tun? Das ist gut. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon. Gut. Ich brauche jetzt mein Schwert. So. Ach, scheiße. So, was haben wir denn jetzt? Ah, immer lieber das Schwert. So, den hat es hinter sich. Ein spätes Gericht. Das ist doch jetzt scheiße. Jetzt werde ich aber sauer hier. So. 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 Dann machen wir es so. Schmerz. Ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Ich habe eine Idee. Okay. Ich muss leider draußen bleiben. Mir reicht einer. Ich muss leider draußen bleiben. Das war's. Volles Blatt. Wunderbar. So viel da ist. Das geht nicht. Okay. Boah. 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 Okay. Aber ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. Oh, ja. Okay. 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 Ah, hier ist ein Rufzeichen. Das hat doch meistens was zu sagen. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Mist, zu schnell. Ach, egal. Kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Zum Himmels Willen passiert den jetzt. Kämpf. Natürlich. Überall diese Viecher. Ach, das muss man halt kreativ werden. Ach, es ist ein Ruf. Ichufe. Ich bin ein Ruf. Ich bin ein Ruf. Ah. Ach, ich bin ein Ruf. Das war's für heute. 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 Ach, wer ist das denn für ein Viech? Das war's für heute. Das war's für heute. Wo bin ich hier? Das war's für heute. 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 Und so. Das war's für heute. Das war's für heute. So, du sollst mich zu den Schwerterbrückern zurückbringen. ich will zurück ich will einfach zurück muss ich den rum verdammt hier ist das gebiet des graf hier mal rum das alte verließ gebiet des baronesses gräben hier mal rum gucken was uns hinführt was eine lauferei meine herr hier waren wir doch auch schon hier waren wir doch auch schon hier 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 gebiet des herzogs gebiet des grafen warte mal hier hier und da ist jetzt habe ich es da ist die Neska hier 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 so sie braucht noch mehr gegenstände müssen wir wohl wieder hier hin zurück da fragen wir die einfach nochmal vielleicht gibt es uns ja noch einen kleinen hinweis ach es ist nicht einfach ist wirklich nicht einfach So, wo waren wir denn noch nicht? Gebiet des Herzogs, Gebiet der Baroness, Gebiet des Grafen. Das alte Fleece, Gebiet des Grafen, Gebiet des Grafen, Gebiet des Grafen, Gebiet des Grafen. Das alte Fleece, Gebiet der Baroness, Gebiet des Herzogs. Dann gehen wir mal zum Gebiet des Herzogs. Aber da kommen wir ja nicht durch. Da kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, gehen wir mal zum Gebiet der Baroness. Boah, nicht weiter. Das ist zum Heulen. Ich hole den hier vielleicht irgendwo weiter. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir vielleicht nochmal zum Graf. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt eigentlich nicht. Dann gehen wir einfach nochmal zum Grafen. Da. Der hat auch nichts zu erzählen. Jetzt wird es langsam tricky. Da ist was. Aha, so geht es weiter. Ah, der Wächter verschwindet. Dann können wir wieder durch. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Gebiet des Herzogs. Ich will es erstmal holen. Vielen Dank. Das königliche Nostalgium. Ah, ja. Schauen wir hier weiter. Schlüssel benötigt. Ja, die müssen wir uns wohl erst bedienen. Und ich ahne, dass wir dafür wieder kämpfen müssen. Das wäre ja nichts Neues. So, da ist was Grünes. Das war mal wieder in der Möge. Du bist noch nicht weiß. Hallo, Eben. Du hast nicht die richtige Frage gestellt. Du hast noch nicht die richtige Frage gestellt. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Das ist nicht wichtig. Du wirst sie wissen, wenn du sie siehst. Nach allem. Du wirst mich wissen. Ja, jetzt sollen wir noch ein paar Schwestern finden. Wir haben noch nicht genug zu tun. Wir wollen doch eigentlich unsere eigene auch mal finden. Bei Gebiet des Herzogs. Dann gehen wir da einfach mal hin. Dann gehen wir da hoch. Okay. Eee. Sir, a thousand apologies, sir. But your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe. Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have Chef server to me at dinner. And if he refuses, kill him. And then you'll sell. Yes, sir. Yes, sir. Oh. The Duke certainly lived in style. That's, uh, is kein guter Biffie. Oh, it was on the show. And the horrors of Mare did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. You don't fit in here, my dear. Oh, I most certainly will not. Anything to break up the tedium of war and these endless parties. Why, you may be our only hope, dear. Well, dear. Aren't you a ray of sunshine? Das haben wir jetzt gelöst. Wunderbar. So. Zeitfalle. Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihrem Teil der Würfeldimension gefangen sind. Halte zehn Sekunden. Halte zehn Sekunden lang. Ah, ja. Bisschen unübersichtlich das Ganze noch, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist wieder ein Rufzeichen. Die Baroness. Beziehungsweise jetzt der Herzogs. Hey, was willst du denn von mir? Ich hab nur die beiden Möglichkeiten. Stellt sich aber ein bisschen an der Gute. Ich hab nur die Gute. Ein Wunderbar zu machen, Kind. Schau dir, Kind. Warum, du kannst du in rugs sein. Oh, nein, Kind. Das ist nicht so, wie du dich in die Gespräche schreieren. Oh, nein, heavens, nein. Du willst nur ein wenig Bob bei der Ende, Kind. Es ist immer so unseemlich, wenn eine Frau zu nerden... Oh, wundervolle, wundervolle, ja. Wundervolle wundervolle. Gut, dann schauen wir mal, ob er jetzt damit zufrieden ist. Ist das? Ja, hör auf zu labern. Gut. Ach, nee. Ach, was will der von mir? So, haben wir das jetzt endlich. So, jetzt kommen wir zum Erzog. Seine Majestät. Jetzt hole ich mir Kohle. So, jetzt kommen wir zum Erzog. 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 Dann machen wir es nochmal. Jetzt ganz langsam. So, jetzt kommen wir zum Erzog. Fuck. Endlich. So, jetzt kommen wir zum Erzog. 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 Das ist ein Ob Steam, hier in ... Hier ist es eine Portrude von Buy. Sie haben Sie gehört, meine W&M¬? Nein, schzwig. Also, meine Räbel und M&¬ Als wir unsere Lande verletzten, nachdem mein Vater stirbt, der Count hat sich über die alten Royal Nostalgium gehalten. Ich bin sicher, die zweite Halbzeit ist da. Was ist da zu sagen? Der Dreadful... Well, ich habe ihn nicht geholfen, wenn das was Sie fragen. Ich habe ihn tot, mit dem Tod der Mörder-Wepon still steckt. Also muss ich wieder zum Grafen, alles klar. Nun denn. Gebiet des Baroness, Gebiet des Herzogs. Gehen wir mal hier rum. Das ist schon wieder der lächerliche Graf. Ach, Wächter. Ah, dann bringe ich mich mal zu den Brücken. Ich habe die Vorwärmung geholfen. Ich habe die Vorwärmung geholfen. Ich habe die Vorwärmung geholfen. Sprechen tut er nicht mit uns. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich ein bisschen suchen. Wo ist denn, braucht man Löfel? Ah, endlich. Ich wollte schon sagen, irgendwie. Seht doch da was. Wo könnte sich das Gemälde verstecken? Habt ihr eine Ahnung? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist auch Dead End. Wo ist das japperte Gemälde? Bin ich wieder raus. So, dann suchen wir noch mal alles ab hier. Komm ich rum. Noch nichts. Ja. Noch nichts. Und jetzt. Da waren wir gerade, da ist nichts. Hier regeln nur ich. Hier waren wir noch nicht. Da ist ein Rufzeichen. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Das königliche Nostalgium. Genau da wollte ich hin. Dicey! 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 Das ist die große Frage. Aber hier ist das Nostalgium. Da muss doch irgendwo das Gemälde hier sein. Oder zumindest, muss ich irgendwie an den Schlüssel kommen. Ach ja, es ist nicht einfach. Ja, hier laufen wir wieder zurück. Total falsch. Jetzt ist es ein Mädchen, die mit dem Auto trainieren kann. Und ich habe gute Dinge für dich. Hier mal rein. Schlüssel benötigt. Leute, jetzt stecke ich gerade so ein bisschen fest. Das ist nichts anderes, ich würde lieber machen. Sie sind sehr willkommen, little lady. Sie sind sehr willkommen, little lady. Hügel der widerlichen Karten oder wilden Karten, aber der lässt ja mich noch nicht durch wahrscheinlich. Da geht es also noch nicht weiter. Da oben ist was. Ah, es hat sich was getan. Ach, ich brauche einen Schlüssel. Vielen Dank für nichts. Habe ich jetzt den Schlüssel? Ich glaube, ich habe den Schlüssel. Ich glaube, ich habe den Schlüssel. Leute, ich glaube, ich habe den Schlüssel. Jawoll, perfekt. Das war klar. Ach, volle Mörbel getroffen. Mist, wie ich du. Ich glaube, ich bin ein Schlüssel. 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 Wann können wir gut geben. Oh jeez! Oh jeez! Schwerpverdammt! Schwerpverdammt! Oh jeez! Oh jeez! Oh! Oh jeez! Dammit! Jetzt aber langsam eng hier! Oh jeez! 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 Soh! Das war's. ganz kleinen schritten in ganz kleinen schritten richtig jetzt fertig hier schritten so wer ist jetzt noch anwesend so das haben wir erledigt meine herrschaften habt ihr das auch gesehen ist doch gerade was hintergegangen oder nicht erstmal nach oben das helle gemälde gefunden wunderbar käre zurück zum herzog ja das werden wir tun wunderbar haben wir das auch geschafft herzog hier rum oder nein nicht schon wieder was will der denn fängt doch noch an mit zu drohen wer sonst nichts zu tun hier oh so das haben wir auch geschafft so ich ziehe zurück würde sagen das machen wir noch eben und dann passt das dann auch wieder für heute so nein wir sind darum Okay. Was eine Lauferei. Ah, bring mich mal wieder zurück. Okay. What were we talking about again? Oh, that portrait of the children, the triplets, and their father, their poor father, the king, killed, killed while I, while he, ah, I can't remember. I need more, more objects to jog my poor memory. What were we talking about again? Do I need objects? Okay. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus und Tschüss. Euer Denny. Bieters. Macht's gut. Bye. Bye. Bye-bye.